Die meisten von euch kennen uns wahrscheinlich als Spezialist für Schmierstoffe und Additive. Was wahrscheinlich die wenigsten wissen ist, dass wir auch ein Vollsortiment für euch haben, was das Thema Scheibenaustausch und Reparatur angeht. Steinschlag-Reparatur und Glasaustausch ist ein Geschäft, das wir nicht nur den anderen überlassen sollten. Deshalb haben wir ein komplettes Sortiment für euch, wie zum Beispiel unseren Steinschlag-Reparaturkoffer, unser Ein-Mann-Ausglasgerät, die Scheibenklebstoffe selber in Erstausrüsterqualität. Da die einzelnen Komponenten teilweise erklärungsbedürftig sind, kommen wir sehr gern zu euch in die Werkstatt und führen euch alles direkt bei euch vor Ort vor. Zusätzlich habt ihr die Möglichkeit, über unsere Autoglas-Info online herauszufinden, welche Scheibe ihr benötigt. Ebenfalls könnt ihr eine Kalkulation erstellen und diese dann direkt mit der Versicherung abrechnen. Und das Beste für euch, dieser ganze Service ist komplett kostenlos.